Geh scouten. Stehen oder gehst du rüber? Let's fight! Dann geh mit dir rüber. New York Buns und werde genau den Minuten. Es reicht. In letzter Zeit sind sie da auch immer fest in die Mieten durch. Wir haben jetzt Stryker gespielt. Da sind bei der Karte Mieten durch. Jedes Mal haben wir verloren. Weil die haben clevererweise auf der Seite versehen die Tanks gestaffelt. Und dann ist 1-2 in der Mietenfuhr und dann hat die Geschichte schon gelesen. Wow, da durften geht es schon wieder rund. Sind alle hinten um. Das wird ein bisschen problemat. Ich treffe ihn auch nicht. Das ist der 5-8-Gott-Infuhr jetzt wieder getroffen. Das ist der 5-8-Gott-Infekt. Das ist der 5-8-Gott-Infekt. Das ist der 5-8-Gott-Infekt. Das ist der 6-9. Das ist der 6-8-Gott-Infekt. Das ist der 6-8-Gott-Infekt. Das ist der 6-8-Gott-Infekt. Das klingt ja auch nicht. Ich habe nur noch einergehakt. Du hattest den Anwärtsbeeren! hier mal zu scouten das hilft ja nix boah wie ein fetten Copter 3er hat mich nur abgeprallt der hat schon geschossen also kann ich nicht mehr nehmen ja reiße nochmal die Fresse weg schaut n der hin da unten ist der Neck PENETRATED ja die kleine Kanonen und die die hängen fest ja und die hängen wieder fest die hängen fest der schießt mal nur die Ketten runter das Bastardschwein und jetzt mit schwung hin die 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 kürzlich die 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 Der 580er hat sich um den M4 gefackelt. Schusswinkel von der 85er Fahrt jetzt am Hügel rauf, alle weiter Zeit Mal wenn es den jetzt einmal nicht ist, wenn der Bait herkommt, ist er weg Oh, ey Well done!